Herzlich Willkommen bei Teichworld in Würselin. Ihr Partner in allen Fragen rund um Koi und Schwimmteiche. Wir planen Ihre wartungsarme und energiesparende Teichanlage ganz nach Ihren Wünschen. Hochwertige Teichprojekte sind unser Spezialgebiet. Von der Planung über Baubetreuung bis hin zur komplett gestalteten Teichanlage. Wir kombinieren Altbewährtes mit moderner Technik. Ausgewähltes Teichzubehör mit unserer persönlichen Empfehlung erhalten Sie auch in unserem Online-Shop bequem nach Hause geliefert. Überzeugen Sie sich persönlich von unseren Produkten und kommen Sie vorbei. Wir freuen uns auf Sie!